Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D-Way. Ich habe mir heute mal Paranormal Experience in 3D angesehen. Ja, das ist ein Film, der mir vor ein paar Tagen mal empfohlen wurde. Jetzt läuft er hier gerade noch bei mir. Das Ganze ist eine spanische Produktion von 2011. Wir haben hier eine sehr schöne räumliche Tiefe von Anfang bis Ende. Sieht man hier immer wieder eine gute Staffelung. Das hat mir sehr gut gefallen, fast sogar Referenz möchte ich sagen. Das Ganze ist ein Vollbild, kein Ghosting. Pop-Out-Effekte haben wir ungefähr fünf Stück. Die sahen wirklich sehr, sehr gut aus, kamen alle ganz weit raus. Den ersten möchte ich kurz erwähnen. Das war so ein visueller Effekt, habe ich persönlich jetzt auch noch nicht so gesehen. Ging auch relativ lange, circa fünf Sekunden. Hat mir sehr gut gefallen. Von daher ist der Film in 3D gar nicht mal so verkehrt. Wenn ihr den irgendwo günstig seht, nehmt den ruhig mal mit. Den kann man sich auf jeden Fall mit in die Sammlung stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, euer 3D-Way. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.